Hallo, ich nehme das Hähnchenfilet und ich karte. Und dann nehme ich die Frischfolie. Andere Seite. Salz. Pfeffer. Und dann nehmen wir den Basilikum. Fetter Käse. Scharf Käse. Jetzt machen wir eine kleine Rolle. Salz. Pfeffer. So. Nächster Step. Nehmen wir die Aluminiumfolie. Butter. Du kannst diese zuhause machen. Auch Grill oder oben. Egal. Machen die kleine Bonbon. Und das ist stark für den Grill. Hallo. Und die Hähnchen. Put in den Oben für 5 Minuten. Vor 180 Grad. Waffen zwiege Dallas recomехologin. So. H2018 München- und Kirchern. Mึ, das wird Technik sehen. Bis zum nächsten Mal. artzart wow..... 정말 здесь. Und noch mal die Arzt, wir werden uns zum nächsten Mal hier in den Blick nebenher, ich gehe wieder hin. Liebe Village το Buddy trước, ich sehe deinen Knull, Untertitelung des ZDF, 2020